Heute erzähle ich über eine Serie von Hadith und Überlieferungen, die am Anfang den Anschein erwecken werden, zusammenhanglos zu sein, wenig gemeinsam zu haben. Aber im Laufe des Abends werden wir realisieren, dass diese Geschichten in der Tat etwas gemeinsam haben. Die allererste Überlieferung wurde überliefert von Imam Bukhari und Muslim, von Abu Huraira, dass der gesamte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte Er, sallallahu alaihi wa sallam sagte, Da war ein Mann, der einen Weg entlang ging. Er bekam großen Durst. Später kam er an einem Brunnen vorbei. Er kletterte hinein, trank vom Brunnen und kam schließlich wieder heraus. Danach kam er an einem Hund vorbei, der vor Durst lechste und der vor Durst die Erde leckte. Da dachte sich der Mann, dieser Hund hat den gleichen Durst, den ich soeben hatte. Also was tat er? Er kletterte in den Brunnen zurück, füllte seinen Schuh mit Wasser, klemmte den Schuh zwischen seine Zähne, kletterte wieder hoch und gab den Hund zu drehen. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Allah, der Allmächtige, dankte es diesem Mann, wegen dem, was er getan hatte. Dafür vergab Allah ihm all seine Sünden. In einer anderen Überlieferung, die von Al-Bukhari in seinem Sahih überliefert wurde, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Allah, der Allmächtige, dankte es diesem Mann, wegen dem, was er getan hatte. Dafür vergab Allah ihm all seine Sünden und erlaubte ihm, ins Paradies einzutreten. Speichert diese Überlieferung für einen Moment in eurer Erinnerung ab, während wir unsere Aufmerksamkeit auf die zweite Überlieferung richten. Imam al-Bukhari und Muslim überliefern von Abu Huraira, dass der gesamte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Da war ein Hund, sagte er, sallallahu alaihi wa sallam. Der um einen Brunnen umherlief und die Erde vor Durst leckte, bis ihn eine Frau sah, eine Prostituierte von den Frauen der Bende Israel. Sie sah den Hund in diesem Zustand, da zog sie ihren Schuh aus, füllte ihn mit Wasser und ließ den Hund davon trinken. Wegen dieser Tat vergab ihr Allah, der Allmächtige, all ihre Sünden. Die Sünden einer Prostituierten wurden vergeben, wegen diesem einen Schluck Wasser, den sie einem Tier zu trinken gab. Liebe Brüder und Schwestern, speichert diese Überlieferung für einen Moment in eurer Erinnerung ab, während wir unsere Aufmerksamkeit auf die dritte Überlieferung richten. Imam Muslim überlieferte in seinem Sahih von Abu Huraira, dass der gesamte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Er, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Ich sah einen Mann, der sich aus Freude im Paradies hin und her drehte, der ins Paradies kam, weil er einen Baum absägte, der sich inmitten eines Weges befand und der die Menschen behinderte. Deswegen gewährte ihm Allah den Eintritt in Jannah. Allahu akbar. Speichert diese Überlieferung für einen Moment in eurer Erinnerung ab, liebe Brüder und Schwestern, während wir zur vierten von fünf Überlieferungen gehen, die ich heute erwähnen werde. Imam Muslim überlieferte in seinem Sahih von Abu Huraira, sallallahu alaihi wa sallam, dass der gesamte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Da war ein Mann, der einen Weg entlang ging. Er kam an einem Ast eines Baumes vorbei, der mitten auf der Straße lag. Der Mann sagte, wallahi, ich werde den Ast des Baumes von der Straße entfernen, sodass er die Muslime nicht mehr belästigt. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, wegen dieser guten Tat gewährte ihm Allah den Eintritt ins Paradies. Merkt euch diese Überlieferung und lasst uns zu der fünften und letzten Überlieferung übergehen. Diese Überlieferung wurde von Ibn Hisham in seiner Sira erwähnt. Es geht um die Phase, um den Albtraum des Tages von Ahud. Ein Tag, der, wie sich herausstellte, zu den traumatisierendsten Tagen des Lebens des Gesandten und seiner Gefährten wurde. Als er, sallallahu alaihi wa sallam, am ganzen Körper verwundet und verletzt war und das Blut von seinem Gesicht ran, sein Kopf und seine Schulter verwundet waren, seine Zähne gebrochen waren, sallallahu alaihi wa sallam, und 70 seiner Gefährten getötet wurden. Und am Schlachtfeld die Nachricht umherging, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, getötet wurde. Kurz bevor die Kuffar schließlich nach Mecke zurückkehrten, waren die Sahaba, die Gefährten, Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, nahe einer Klippe. Und er, sallallahu alaihi wa sallam, wollte die Klippe hochklettern. Aber er war aufgrund seiner Erschöpfung und seiner Kraftlosigkeit, denen sein Körper an diesem Tag ausgesetzt war, nicht mehr dazu imstande. Als Talha ibn Ubaidullah, radiallahu an, sah, dass unser Gesandte Allahs nicht imstande war, hochzuklettern, warf er sich auf allen Vieren zu Boden. Und er erlaubte so den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, seinen Rücken als Plattform zu nutzen. Sobald er dies getan hatte, rief der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, au jabal talha, ay wajabat lahul jannah. Das Paradies hat sich verpflichtet, Talha einen Platz zu gewähren. Das Paradies ist Talha zuteil geworden. Das waren nun fünf verschiedene Überlieferungen, die fünf verschiedene Personen betrafen, die an fünf verschiedenen Orten stattgefunden haben und zu fünf unterschiedlichen Zeiten vorgefallen sind. Auf den ersten Blick scheinen sie wenig gemeinsam zu haben. Doch wie ihr alle vermutlich schon ahnen könnt, gibt es tatsächlich eine unübersehbare, grundlegende Gemeinsamkeit. Alle Überlieferungen zeigen auf, dass die Wege zu Jannah nicht immer die offensichtlichen sind. Liebe Brüder und Schwestern, niemals im Leben hätte sich Talha ibn Ubaidullah vorstellen können, dass der Gang auf allen Vieren der glücklichste Tag seines Lebens sein wird. Und dass Allah ihm dafür den Eintritt in Jannah gewähren wird. Niemals im Leben hätte sich jene Prostituierte auch nur für einen Moment denken können, dass die Gabe des Wassers an einem durstigen Hund zur Vergebung ihrer Sünden führen wird. Aber der Prophet sallallahu aleyhi wa sallam sagte, dass dem so ist. Niemals, selbst nicht für einen Moment, hätte sich dieser Mann, der einen Ast von der Straße entfernte, vorstellen können, dass diese Tat die beste Tat seines Lebens sein wird. Die Kehrtwende seines Lebens. Wegen der Allah ihm das Paradies gewähren wird. Keiner von ihnen hätte sich das jemals vorstellen können. Worauf will ich hinaus? Oft, sehr oft im Leben eines Muslims kann ein Platz in Jannah für sie oder ihn reserviert werden. Wegen, in unseren Augen den kleinsten Taten. Das ist, wenn Allah bei dieser Tat Aufrichtigkeit in der Person sieht. Dass diese Person nach dem Jenseits trachtet. Auf diese Weise gewährt Allah eine Gelegenheit, die sich dieser Person bietet. Eine Gelegenheit, die sie ergreifen kann. Von ganzem Herzen, voller Aufrichtigkeit und mit Siddiq Wahrhaftigkeit. Mit Wahrhaftigkeit im Umgang mit Allah. Und dann vergehen Tage und Monate und Jahre ziehen vorbei. Und er vergisst diese kleine gute Tat vollkommen, die er in jedem Tag gemacht hat. Dieser kleinen guten Tat brachte er wenig Aufmerksamkeit entgegen. In Wirklichkeit aber war dies ein großer Moment, die den Wendepunkt seines Lebens darstellt. Wenn seine Sünden vergessen werden und ihm der Zugang zu Jannah schlussendlich gewährt wird. Al-Tirmidi überliefert in seinem Sahih von Abdullah ibn Amr ibn Al-Aas, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam die Geschichte von einem Mann erzählte, der Allah dem Allmächtigen am Tage des Gerichts seine Taten vorgelegt wird. 99 riesige Schriftrollen voller Sünden. Jede Rolle ist so lang, wie das Auge weit blicken kann. Er subhanahu wa ta'ala wird fragen, verleugnest du irgendeine dieser Taten? Haben jene, die sie aufgezeichnet haben, dich betrogen? Er wird sagen, oh nein, mein Herr. Er subhanahu wa ta'ala wird fragen, hast du irgendeine Rechtfertigung? Der Mann wird sagen, nein, oh Herr. Asrafa ala nefsi. Er hat ihn betreten. So sehr. So dann werden seine Sünden auf die eine Seite der Waagschale gelegt. Und er wird sich nun sicher sein, dass er im Platz Jahannam sein wird. Doch dann wird Allah subhanahu wa ta'ala eine kleine Karte hervorbringen. Darauf ist eine gute Tat vermerkt, die er einst machte. Auf dieser Karte steht, La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Diese Karte wird auf die andere Seite der Waagschale gelegt. Und jetzt hört gut zu, liebe Schwestern und Brüder. Und der Mann wird sagen, oh Herr, was soll mir diese eine gute Tat nützen? Allah antwortet ihm, inna ka la tudlam. Dir wird kein Unrecht getan werden. Diese kleine Karte auf der anderen Seite der Waagschale, sie ist so schwer, dass sie all seine Sünden aufwiegt. Subhanallah. Du weißt niemals, welche Tat bei Allah großes Gewicht hat. Und du weißt niemals, welche Sünde bei Allah schwerwiegt. Und ihr haltet es für eine kleine Sache, obwohl es bei Allah gewaltig ist. Wie kommt es, dass eine einzelne Aussage alle Sünden weggewischt hat? Wo wir doch wissen, dass es viele Muslime geben wird, die sagen, la ilaha illallah. Und sie werden dennoch in die Hölle kommen. Weshalb wurde dieser Mann anders behandelt? Nun, das ist der Punkt, den wir ermitteln möchten. Imam ibn Taymiyyah, er löste dieses Rätsel in seinem Buch Minhajus Sunna al-Nabawiyyah. Und er sagte, weil das eine Person war, die la ilaha illallah in Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit gesagt hat. Er sagt, denn wir kennen Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala am Tage des Gerichts mit großen Sünden begegnen werden, Muslime, und sie werden im Zellenfeuer eintreten, obwohl sie sagten, la ilaha illallah. Diese Aussage wird nicht ihre Sünden aufwiegen. Wieso? Er sagt, das war ein Mann, der es mit Wahrhaftigkeit gesagt hat. Allahu Akbar. Und dasselbe sagt er über die Prostituierte, die dem durstigen Hund zu trinken gab. Sie tat es aus gewaltigem und reinem Iman, der zum Zeitpunkt dieser guten Tat in ihrem Herzen war. Er sagt, denn wir wissen, dass nicht die Taten jeder Prostituierten, die einen Hund zu trinken gibt, vergeben werden. Was wir also verstehen sollen, liebe Brüder und Schwestern, der Knackpunkt dieser Sache ist nicht das Verrichten einer guten Tat selbst oder die Größe dieser guten Tat. Es ist vielmehr die geheime Zutat, genannt Sidq, die Wahrhaftigkeit. Die Wahrhaftigkeit, mit der die gute Tat gemixt wurde, die eine Person steigen oder fallen lässt. Das ist die gute Tat, die Allah, der Allmächtige von uns möchte. Und das sind die guten Taten, die uns nützen werden in der Jauh Al-Qiyama. Abu Nuaym überliefert in seinem Hiljatul Awliya und eben Abishayba in seinem Musannaf von Abu Ghurda, der von seinem Vater Abu Musa Al-Ashari folgende Geschichte überliefert. Eine gewaltige Überlieferung, die uns zu verstehen gibt, auf was es wirklich ankommt, ist die Wahrhaftigkeit Sidq in einer guten Tat. Selbst wenn sie klein ist. Abu Ghurda erzählt, als mein Vater Abu Musa Al-Ashari im Sterben lag, sagte er zu seinen Kindern, Udhkuru Sahiba Raghif O meine Kinder, gedenk dem Mann mit dem Leibbrot. Abu Musa sagte, es war einmal ein Mann in vergangener Zeit, der sein ganzes Leben in der Anbetung Allahs und Abgeschiedenheit gewidmet hatte und er betete seinen Schöpfer 70 aufeinander folgende Jahre an. Er verließ sein Kloster nur einen Tag in der Woche, um sich um seine Angelegenheiten zu kümmern. Eines Tages, als er das Kloster verließ, sagte Abu Musa, Schaitan ließ eine Frau in seinen Augen sehr attraktiv aussehen. Was hat er also gemacht? Er verbrachte sieben Nächte mit ihr. Das heißt, sieben Nächte in Haram Er sagt, als der Vorhang der Dunkelheit, der seine Sinne und sein Verstand trübten, schließlich hob, sagt er, ja Rabbi, was tue ich da? Er verließ das Haus dieser Frau in einem Zustand von Reue und Schuldgefühl. Jedes Mal, wenn er einen Schritt ging, warf er sich zu Boden und machte Sujud vor Allah Er machte Taube zu Allah Er ging die ganze Zeit weiter und weiter bis die Nacht hereinbrach. Seine Füße trugen ihn zu einer Gruppe von Männern, zwölf Obdachlose, arme Männer, die vor einem bestimmten Geschäft versammelt waren. Er war so müde und erschöpft, dass er sich einfach zwischen zwei der Männer geschmissen hat. Es gab einen Mönch, einen Rahab in dieser Stadt. Er schickte diesen zwölf armen Männern zwölf Leibbrot zu, täglich und für gewöhnlich schickte er diese Brote mit einem seiner Diener. An diesem Tag kam der Diener mit diesem zwölf Leibbrot und er verteilte sie unter den Männern, ohne zu bemerken, dass an diesem Abend eine dreizehnte Person anwesend war, der Mann, der bereut hatte. Er gab jedem von ihm ein Leibbrot und als er gehen wollte, sagte einer der Männer, wieso hast du mir nicht mein Leibbrot gegeben? Er antwortete ihm, ich habe nichts zurückgehalten. Fragt die Leute hier, habe ich versehentlich jemandem zwei Leibbrot anstatt von einem gegeben? Alle sagten, jeder von uns hat nur einen bekommen. Sie wissen nicht, dass der reumütige Mann, dass er einen genommen hat, bei ihm ist das zwölfste Stück. Da sagte der Diener des Mönchs, ihr beschuldigt mich, dass ich euer Brot behalten habe? Ist das nicht so? Wollahi ich werde euch diesen Abend kein weiteres Brot mehr bringen. Dann ging er weg. Was tat also der reumütige Mann? Er nahm sein Leibbrot und gab es dem zwölften obdachlosen Mann. Und dann ging er fort. Am darauffolgenden Morgen starb der Mann, der Bräutert. Nun kamen die Engel Allah subhanahu wa ta'ala und sie waren dabei, seine guten Taten und seine Sünden zu wiegen. Hört gut zu, liebe Geschwister. Abu Musa al-Ash'ari sagt, die Engel Allah subhanahu wa ta'ala nahmen die 70 Jahre an Ayberda, 70 Jahre an Ayberda, Anbetung, Gehorsam, Masha'Allah, 70 Jahre Rückzug und Hingabe. Und sie wurden auf die eine Seite der Waagschale gelegt. Dann wurden diese kurzen sieben Nächte, die er im Haram verbrachte, auf die andere Seite der Waagschale gelegt. Abu Musa sagt, die sieben Nächte waren schwerer als seine 70 Jahre an Ayberda. Das heißt, nun wird das Höllenfeuer sein Schicksal sein. Aber wartet, was war mit der guten Tat? Der Leibbrot wird nun auf die eine Seite der Waagschale gelegt und die sieben Nächte des Haram, die die 70 Jahre der Anbetung aufgewogen hatten, diese sieben Nächte des Haram werden nun auf die andere Seite der Waagschale gelegt. Der Leibbrot war schwerer und dafür trat er in Jannah. Abu Musa Al-Ash'ari pflegte daher zu seinen Kindern zu sagen, O meine Kinder, Udkur war diese kleine gute Tat schwerer als 70 Jahre an Ayberda. Seht, liebe Geschwister, wenn ich euch nun fragen würde und auch mir diese Frage stellen würde, wenn wir alle Hassanat, alle guten Taten aufrüsten könnten, die wir als Muslimin in der Vergangenheit getan haben, also jene gute Taten, die wir ausschließlich, ausschließlich um Allahs Willen getan haben, also 100% ohne ein Gramm Augendienerei, wo wir die wahrhafte Bedeutung, ein Diener Allahs zu sein, verstanden haben und ein aufrichtiges Verlangen hatten, mit dieser Tat das Jenseits zu erlangen. Wie viele Hassanat, wie viele Hassanat könnten wir denn auflisten? Womöglich könnten wir ein, zwei oder drei auflisten. Die große Überraschung werden wir am Tage des Gerichts erleben. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn wir sehen, dass alles andere, was wir in unseren 60, 70, 80 Jahren für den Islam getan haben, womöglich auf die Seite geschoben wird und es nur diese eins, zwei oder drei Hassanat sind, die uns letztendlich retten und zu Jannah führen, das sind die guten Taten, die Allah, der Allmächtige, von mir und von dir sehen möchte. Jene Taten, die gemixt sind mit dieser einen Zutat, genannt Siddiq, Wahrhaftigkeit mit Allah subhanahu wa ta'ala und die dein Wendepunkt in diesem Leben sein könnte. Und deswegen frage ich dich, mein Bruder, hast du deinen Wendepunkt in deinen Taten gefunden? Oder suchst du immer noch nach ihm? Dieser Moment könnte eine einzelne Träne sein, die geflossen ist in einer Nacht, fern von allen Leuten, im Gedenken Allahs. Das könnte dein Moment sein, der den Wendepunkt deines Lebens markiert. Wenn all deine Sünden vergeben werden und dir der Eintritt in Jannah gewährt wird, das könnte dein Moment sein. Dein Moment könnte jener sein, wenn du eine Person in die Moschee nimmst, in der Hoffnung, Allah wird sie recht leiten. Dein Moment könnte Wut sein, die du unterdrückst, obwohl du sauer bist. Oder eine Begierde, ein Verlangen, die du nicht zulässt, obwohl dein Körper danach verlangt. Du unterlässt es, um Allahs Willen. Dies könnte dein Moment sein. Deswegen ist mein Aufruf an mich und auch an euch liebe Geschwister, dass wir keine Gelegenheit ungenutzt lassen und jede Chance sich ergibt nützen, um eine gute Tat zu verrichten, mit dem Ziel, nur das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, weil dies unser Wendepunkt sein könnte. Wohlgefallen Wohlgefallen Wohlgefallen